Na, wenn nicht der heutige Markt nach einem Update schreit, dann weiß ich es auch nicht. Also ihr seht schon im Chart hier beim DAX, das ist der Index. Und ich habe bewusst mal die alte Zeichnung drin gelassen, damit wir das nochmal so ein bisschen vergleichen können, was da passiert ist. Der Hintergedanke mag durchaus sein, dass es vielleicht ein bisschen Entspannung gibt, was Nord Stream 1 angeht. Da war ja wegen Wartungsarbeiten, die übrigens turnusmäßig im Sommer eben stattfinden, die Sorge geäußert worden, vielleicht wird es nicht wieder aufgemacht. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob das nicht doch noch ein Problem wird. Allerdings ist zumindest mal die Absicht jetzt wohl formuliert und Insidern zufolge, so war das zu lesen, wird das danach wieder aufgemacht. Ich bin da noch ein bisschen offen, möglicherweise, ich mache mal diesen Nagel, den haue ich mal in die Wand. Und da gibt es dann noch irgendein technisches Problem. Wir würden es aufmachen, aber wir kriegen es irgendwie nicht hin. Aber keine Sorge, wir würden natürlich super gerne weiter liefern. Das soll jetzt gar nicht gegen euch sein. Ihr müsst es halt über Nord Stream 2 abnehmen, weil 1 hat irgendein Problem, was vielleicht ein bisschen länger dauert. Na gut, ich weiß es nicht, ob das so kommt. Aktuell allerdings sind die Nachrichten sehr positiv aufgenommen worden. Ihr wisst ja, ich bin Chart-Techniker. Natürlich in dem Wissen, dass die Märkte sich bewegen aufgrund von Nachrichten. Aber die Art und Weise, wie die Marktteilnehmer auf die Nachrichten reagieren, das ist der Chart. So, und wir sehen, diese Nachricht ist sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Also wir sehen schon, wir hatten hier ja so eine Kiste mal eingezeichnet. Das war so der Bereich ungefähr bei 13.000 bis 13.100. So ungefähr hatten wir das formuliert. Da wird entschieden, ob der Markt wirklich hoch will, ob er da jetzt rumeiert oder eben nicht. Und tatsächlich ist er nun nach oben ausgebrochen. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Trotz des deutlichen Rücksetzers, den wir jetzt hier ja hatten, also er ist sehr weit runtergegangen, was ich immer nicht so toll finde, sieht das jetzt nicht nach klassischer Korrektur aus. Mein bevorzugtes Bild ist daraufhin also, nun, dass das die starke Bewegung ist, ja, das die schwache, ja, und wir jetzt, weil eben weitergelaufen, sich die starke tendenziell eher durchsetzt. Das heißt, wenn es weiterhin nur schwache Abwärtsbewegungen gibt, die so dreiwellig, wie wir es hier mal angedeutet haben, sind, also ähnliche Größe von mir aus, aber eben so nach unten korrektiv gehen, dreiwellig oder eben mehrfach überschneidend in einem Korrektivverhaltensmuster, dann sind die Chancen natürlich weiterhin nach oben super. Und dafür spricht im Moment viel. Je mehr wir uns hier dieser Marke entfernen, desto besser ist es, also desto deutlicher ist genau dieser Sachverhalt. Man kann das Ganze auch mal messen. Das kann man ganz hübsch machen mit Fibonacci. Ihr seht, hier wäre die 1 zu 1 Zielzone. Das war die sogenannte Entscheidungsbox, die ich euch da mal aufgemalt hatte, bei, ja, also mittendrin zwischen 13.000 und 13.100. Je dichter wir auf die 61, 8% zugehen, das ist ungefähr beim DAX-Index bei 13.450, desto weniger wahrscheinlich sind es Korrekturen, die irgendwie so aussehen. Also je länger dieser hier ist im Verhältnis zu der, desto weniger wahrscheinlich wird dieser Rücksetzer. Also es ist noch nicht vom Tisch. Das kann nach wie vor noch passieren. Aber es ist schon deutlich weniger wahrscheinlich geworden. Und je weiter es noch weiter klettert, desto realistischer ist es, dass das nach unten nicht passiert. Und wir eher korrektive Rücksetzer erwarten können, also irgendwas, was dreiwellig ist. Hier war das ja auch intern dreiwellig, wie wir gesehen haben. Oder von mir aus auch so ähnlich wackelig wie hier, dass man sagen kann, ja, so genau zählen kann man nicht. Aber es ist halt hier irgendwie so eine 1 von den Sachen. Wenn das jetzt hier passiert, wäre das nahezu perfekt. Denn dann ist das ein ganz deutliches Zeichen für die bullische Seite. Im Moment gefällt mir das sehr gut, was ich sehe. Also jetzt schon mal kaufen. Ne, das würde ich auf gar keinen Fall machen, ehrlich gesagt. Weil ich nicht so gerne so teuer einkaufe. Wenn dann auf den Rücksetzer warten. Ich habe es angedeutet. Wartet, dass er irgendwie sowas macht. Oder kann auch von mir aus so klein wie hier. Aber irgendwie sowas, dass ihr sowas seht, dass das dreiwellig die Gegenbewegung ist. Das sieht nach wenig aus. Aber ich habe da nicht nur ein etwas günstigeres Niveau vielleicht. Sondern ich habe auch den Hinweis, dass das ja die schwache Seite ist. An der Stelle, ich könnte jetzt zum gleichen Kurs einsteigen, habe ich null Hinweise. Ob jetzt das passiert, ob jetzt das passiert oder ob jetzt das passiert. Ich weiß es einfach nicht. Und dementsprechend habe ich auch keine vernünftige Stopp-Variante, die wir hier da ins Feld führen können. Wir können auch mal ganz kurz gucken. Beim DAX Future ist es natürlich ähnlich. Der Kurs kommt jetzt schon ein bisschen runter. Das finde ich aber nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also das ist eine normale Geschichte. Und wenn das vielleicht sogar so aussieht, dann hätten wir ja diese dreiwelligkeit und damit den nächsten Trigger für die Long-Seite durchaus gegeben. Also gute Voraussetzungen für den DAX. Was machen jetzt die Amerikaner? Wie fassen die das Ganze auf? Naja, negativ sieht man hier jetzt nicht unbedingt die Stimmung. Wir haben aber da, anders als beim DAX, ihr seht das, ja sowieso noch ein gutes Stück Platz mehr. Denn ihr seht, dass das 1 zu 1 Zielniveau hier beim Dow Jones Future jetzt bei 32.350 in etwa liegt. Und da ist ja noch durchaus Platz da. Also insofern würde ich jetzt hier nicht davon ausgehen, dass wir bis dahin noch große Schwierigkeiten haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir realistisch beim Dow Jones bis ungefähr diese Ecke gehen. Das wäre anders, das passiert manchmal. Das haben wir auch bei einigen Trades jetzt neulich mal gesehen. Dann fängt das schon hier an, irgendwie so zu laufen. Ja, aber jetzt hier in dem Fall, das sieht doch noch super stark aus. Also ich persönlich denke mal, 32.300 ungefähr halte ich für absolut realistisch. Und dann sind wir an der gleichen Stelle, wo wir beim DAX sind, wo dann nämlich entschieden wird, ob der Kurs dann wirklich weiterläuft. Gleiche Argumentation wie beim DAX. Oder ob wir dann nicht sagen, naja, dann haben wir unser A, B, C hoch, fertig und dann geht es nach unten weiter. Trigger wäre dann diese Tiefmarke bei 30.100. Aber darüber würde ich mir im Moment noch keine Gedanken machen, solange die Aufwärtsbewegung noch recht steil ist und die Abwärtsbewegung eher wackeliger Natur. Auch für die Intraday-Freunde unter euch ist das noch alles ganz easy und noch eigentlich die Richtung relativ gut erkennbar. S&P 500 vergleichen wir mal schnell. Der hat auch auf der Stelle umgedreht. Tendenziell, das ist übrigens ganz interessant, wenn ich hier sowas sehe und dann sowas, natürlich, dann bin ich in der Versuchung, hier die Short-Seite zu nehmen. Je nachdem, ich weiß nicht, ob man hier, war man vielleicht sogar schon getriggert, dann wäre das hier ein negativer Trade. Ich weiß nicht, ich habe den jetzt selber nicht gemacht, war jetzt mit anderen Sachen beschäftigt. Aber es ist durchaus denkbar, dass hier so ein Trade dann eben, wenn er hier auf der Unterseite durchstößt, dann Short gehe und dann vielleicht auch ausgestoppt werde, weil er dann doch umdreht. Das kann natürlich passieren, aber dann ist natürlich meine Risikogröße so groß im Verhältnis zu meiner Gewinngröße, die dann mindestens ja mal 1 zu 1 so groß wäre. Also ihr seht schon, das geht mir nicht darum, ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass man damit immer genau weiß, was in der Zukunft passiert und man kann damit nicht mehr falsch liegen. Das ist nicht die Arbeit eines Händlers. Viele gehen da wirklich ran, wenn ich das noch alles jetzt hier lerne und sowas, dann mache ich nie wieder Verlust-Trades. Bitte, 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 bitte geht niemals davon aus. Die gehören ganz normal mit dazu. Wovon ihr ausgehen könnt, ist, wenn ihr das ordentlich anwendet, habt ihr halt auf der Gewinnseite mehr, als ihr auf der Verlustseite habt. Und das ist der Vorteil des Händlers. Nicht, dass wir die Zukunft sehen können. Und die Charts sind dabei eine Hilfe. Eine interessante Situation will beim Nasdaq noch sein. Wir haben zumindest hier durch den oberen, naja, ist es ein Trennkanal? Nicht ehrlich, weil unten passt es gar nicht. Aber durch diese Linie hier so ein bisschen ein Widerstand. Ich würde das nicht überbewerten. Aus meiner Sicht ist die Ausrichtung vorläufig eher nach oben gerichtet. Und das ist beim Nasdaq, wenn ich ehrlich bin, nicht groß anders. Also beste Voraussetzung für den Nachmittag, vielleicht für die nächsten Tage und damit vielleicht ja sogar noch für ein bisschen länger. Wir wollen uns das mal positiv jetzt für heute mitnehmen und dann sehen wir, was wir davon haben. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.